Die Einführung der Inklusion war eine EU-Maßnahme und Deutschland hat sie im Prinzip ratifiziert, aber Zeit verstreichen lassen und da nehme ich alle 16 Bundesländer gleichermaßen in die Pflicht. Wir haben alle die Zeit verstreichen lassen, weil im Bildungsbereich Sparen das oberste Gebot ist. Die Situation, finde ich, ist nicht in Ordnung, weil man sich da letztendlich an den Kindern versündigt. Die haben das Recht zu lernen, selbst mit allen Differenzieren und aller Hingabe und Liebe und alles, was man versucht. Wir können die Kinder nicht optimal fördern. Wenn die Kinder mit Unterstützungsbedarf, wenn die nach dem früheren System sonderpädagogische Unterstützung hätten, dann wären wir hier mit 17 Stunden, wäre ich dann hier in der Klasse. Aber das gibt es ja nicht mehr.